... sich vor ungefähr 10 Jahren zugetragen hat, als ich zum ersten Mal in Nordruganda war. Keine Angst, ich erzähle das jetzt nicht schon wieder alles. Ihr wisst genau, worum es geht. Wer sich darüber informieren will, was sich in der Zwischenzeit getan hat, beispielsweise sind wir mittlerweile mit dem Project Reaver und auch im Ostkongo zugange, im Foyer gibt es einen Stand, in Köller Schlauber. Glückwunsch, Herr Essen und Gulu. Danke schön. Applaus Allianz und Bleck gefüllt, so wie ein Schimmel und Rebellen, die mit zwölf Nächs alles weiß, weder Gamm oder noch Strömert und der Hoffnung oben sehscher Nacht. Musik 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 Auf der Plastiktüe sind ein paar Klamotten, steht die Dusche. Der Jupp trägt 18 Sekunden und er nimmt dich mit, jedenfalls mein Dank, und er erzählt sich vor. Der Jupp trägt 18 Sekunden und er nimmt dich mit, jeden Tag verzeih'n, weil im Buch passiert es. Kokoslösch und Weihnacht und hier wird Äquator balanciert es. Und überhaupt die Duschefrau, die ihr Klamotten und ihm ist es nicht erreicht, wenn er nun fällt, an die rechte Hand nehmen. Musik Aber wenn so, ich finde ihn in der Welt, ich weiß, ob ich dreiste, ich stehe, hey, man, ich bin keiner, schon. Juppentfelser, so geholt auch, jetzt wisst ihr das, und am Groben warst. Und am Garnett ist Zebra, der Blonde Bier ist im Hinblick, Ich bin am Sonnenberg. Nur von Steiningrad, von Zentrenmeer, wo ich durch Steiningrad höre schon alles da, Steiningrad, von Knie. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.